Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Pfefferspray ist nicht harmlos. Wie in der Begründung unseres Antrages aufgeführt, ist sich auch die Berliner Polizei bewusst, welche schwerwiegenden Folgen mit dem Einsatz vom Pfefferspray verbunden sein können. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass bei gesunden Personen keine bleibenden Schäden zu erwarten sind, besteht jedoch ein erhebliches Risiko für Asthmatiker und Allergiker, so wie für Menschen, die Beruhigungsmittel, Drogen oder bestimmte Medikamente eingenommen haben. Bei einem Ansatz in Menschenansammlungen ist es nicht auszuschließen übrigens, dass Unbeteiligte getroffen werden oder dass Menschen aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes durch Pfefferspray schwer verletzt oder gar getötet werden. Es ist aus unseren Anfragen und aus vielen Berichten bekannt, dass die Polizei dieses Mittel immer häufiger und immer hemmungsloser einsetzt. Und in der Regel werden die Betroffenen eben nicht umgehend medizinisch versorgt, wie es der Polizeipräsident im Innenausschuss immer wieder behauptet hat. Meine Damen und Herren, vor diesem Untergrund ist es mindestens, dass wir den Einsatz vom Pfefferspray auf den äußersten Notfall beschränken und ihn genau dokumentieren. Es ist nicht akzeptabel, dass Pfefferspray offensiv eingesetzt wird, etwa um Personen oder Personengruppen zu bestimmten Bewegungen zu zwingen oder um Sitzblockaden aufzulösen. Anders als viele behaupten, wollen wir das Pfefferspray nicht verbieten. Dass Polizeibeamtinnen und Beamte ein Recht auf Selbstverteidigung haben, steht außer Zweifel. Auch, dass der Schlagstock, lieber Benedikt Lux, nicht die bessere Wahl ist, ist unstrittig. Bei der Selbstverteidigung sollte es aber auch bleiben, dass nicht mehr und nicht weniger wollen wir mit unserem Antrag erreichen. Vielen herzlichen Dank.